Willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir uns einmal Kryptokarten anschauen, im speziellen eine neue Plattform, die ich schon seit einigen Monaten teste. Ich werde euch einmal kurz einführen in das Ganze und euch zeigen, was das Besondere an dem Ganzen ist und warum ich sie selber nutze. Willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns einmal kurz und knapp eine neue Plattform an, die ich verwende, speziell was mir ein klein wenig mehr Flexibilität gibt im internationalen Raum. Denn Kryptokarten sind immer so ein Ding, speziell wenn man selber sozusagen auswandert, das heißt man wandert aus von Österreich oder vom europäischen Raum und tendenziell hat man dann einen Compliance Wohnsitz, ich zum Beispiel in Thailand, wo tendenziell keine wirklichen Karten geissued werden und da hat man schon in gewisser Hinsicht kleine Nachteile. Das muss jetzt allerdings nicht schlimm sein. So, in diesem Fall habe ich geschaut, welche Kryptokarten stehen für mich nur zur Verfügung. Und tendenziell ist es so, dass einige Kartenherausgeber eben nicht nach Thailand chippen oder zum Beispiel auch WISE, wie ich zwar meine Karten, die ich habe, weiter benutzen lasse, die normalen Karten, aber keine neuen Issued. Das heißt, irgendwann will ich dann wahrscheinlich irgendwie Probleme kriegen, wenn meine Karten ablaufen oder eben Thailand nicht auf die Liste kommt, wo auch Karten geissued werden. Tendenziell denke ich, dass in Zukunft auch das fortschreitet, dass auf alle Fälle überall eher diese Compliance-Richtlinien überall integriert werden, auch wenn Länder jetzt eher vielleicht mal ein bisschen außerhalb stehen. Speziell Thailand ist da ein Paradebeispiel, die haben sozusagen ihr geschlossenes System, auch Banking-mäßig. Und dahingehend, ja, vor allem für digitale Nomaden, beziehungsweise die, was eben Compliance-Monts ist, woanders stammen, kann es mit den Kryptokarten ein bisschen mau sein, denn tendenziell die Exchanges sozusagen dir den Hahn abträmen. Sozusagen keine die Karten deaktivieren oder die Karten nicht in das Land issuen und so weiter. Und deswegen muss man sich ein bisschen, habe ich mir persönlich mal geschaut, okay, welche Möglichkeiten habe ich noch? Für mich persönlich Nummer 1 Möglichkeit ist Swissquad. Da habe ich diese Pre-Loading Swissquad-Karte, das heißt, ich kann hier, also die gibt es normalerweise auch nicht für mich, ich habe allerdings die direkt bestellt, die gibt es jetzt gar nicht mehr, die halte das nur bis 2026, die kann ich auch pre-loaden und das kann ich direkt von meinem Broker machen. Das ist eine der Karten, wo ich sage, die sind richtig mega. Was Swissquad nur besonders macht, ist, dass man virtuelle Karten immer erstellen kann. Das heißt, ich habe hier auch bei Apple Pay die virtuellen Karten von Swissquad drinnen und kann auch Kryptowährungen enable zum Spenden. Das heißt, das ist für mich persönlich die leichteste Variante im Moment. Da kann man dann später auch nochmal, speziell wenn wir über Swissquad reden, nochmal ein bisschen tiefer gehen. Zusätzlich habe ich mir eine Karte besorgt, die was Offshore-Banking sozusagen enabled und eben eher länderunabhängig ist. Das heißt, die kann eigentlich so gut wie jeder beantragen und die wird auch zu jedem geschickt. Auch diese Karte ist zu mir geschickt worden. So, von welchem Hersteller rede ich? Ich rede von Ultimo Pay. Okay, das ist diese Karte hier. Okay, die wird geissured, die ist nicht ganz günstig, da das Ganze eben Offshore ist. Das heißt, man hat sozusagen eine Karte auf einen Inselstaat bzw. ein Konto. Es ist kein richtiges Konto, muss ich zugeben. Es ist einfach nur ein Konto, wo man bei ihrer internen Exchange sozusagen Kryptowährung verkaufen kann in Dollar und diese Dollar dann auf die Karte an Top-Up machen kann. Okay, das Ganze schaut dann so aus im Dashboard und einmal kurz vorweg geschickt, dieses Konto habe ich, weil ich eben weiterhin flexibel bleiben will. Und natürlich auch später, wenn die Regulation fortschreitet und ich eben meine Karten, die ich verwenden kann über WISE und andere Banken und so weiter, ist vielleicht aufgrund meiner Lage, zum Beispiel in meiner Restriktion, die ich im Moment bin in Thailand, ein bisschen schwierig wird. Es gibt immer Möglichkeiten, aber nichtsdestotrotz wollte ich mir nur mal eine andere Möglichkeit anschauen. Diese Möglichkeit mit Ultimo Pay ist auf alle Fälle nicht die günstigste Variante. Das Ganze kostet 600 Dollar und da kriegt man das Konto, das KYC geht relativ zügig und die Karte wird dann zu dir geschickt, ist zu mir geschickt worden nach Thailand. Das war überhaupt kein Problem. Kommt preloaded dann mit 150 Dollar. Das heißt, man hat diesen Service dann, diesen Account, kauft man sich für 450 Dollar und man hat dann diese 150 Dollar, die war schon preloaded, auf der Karte kommen. Okay, ich habe hier schon viel getestet und das hat eigentlich immer funktioniert. Ich habe kein Problem gehabt mit dieser Karte zu zahlen, mit dieser Karte auch Geld abzuheben, alles kein Problem. Das Wichtigste ist natürlich das, das Ganze, das Offshore ist, ist nicht ganz günstig. Hier sind auf alle Fälle Transaktionsgebühren, die was hier zu zahlen seien. Nicht nur beim Umtauschen von den Kryptowährungen in Dollar, sondern auch, wenn man nicht ein bisschen länger warten kann, 1% Fee für das Top-Up. Okay, wenn das Geld damit rum ist, dann kann man es ganz normal verwenden. Die Karte selber hat auch so recht hohe Limits und ist bei mir noch nie abgelehnt worden, auch wenn ich in Thailand zum Beispiel kaufe oder die Karte hier verwende, um auf Reiseplattformen oder sonst irgendwas zu zahlen. War kein Stress. Das heißt, die Karten so funktioniert daddelos. Wie funktioniert das Ganze? Das heißt, man geht hier auf Deposit. Mache jetzt nicht, dass meine ganzen Accounts offen sein. Geht hier auf Deposit und kann man diese Kryptowährungen auswählen. Das Ganze funktioniert bei USDC zum Beispiel über Ethereum und Polygon über die Netzwerke. Und wenn das Ganze dann confirmed ist, dann erscheint es hier und dann kann man hier auf Sell drucken und dann kann man das Ganze einen Dollar verkaufen. Die Dollar wandern dann hier in diesen USD-Account, Bankkonto beziehungsweise Account. Kann man allerdings nur zwei Sachen machen mit diesem Dollar. Entweder das Top-Up machen oder auf Buy sozusagen Kryptowährungen wieder kaufen. Diese dann kann man auch wieder wegschicken. Das heißt, Deposit-Rift-Royer ist alles enabled und kaufen und verkaufen kann man immer in Dollar und dann das Top-Up machen. So, das sind die Möglichkeiten, was man hat mit dieser Karte. Wie gesagt, ist nicht ganz günstig. Ich persönlich nutze sie auch als Backup-Karten. So funktioniert sie daddelos. Es gab aber dann nur die Möglichkeit, dass man hier zum Beispiel bei Loan, also Collateral Loan geht. Das heißt, man kann hier seine Bitcoin hinterlegen und gegen diese Bitcoin was leihen. Allerdings, die Ratio ist nicht sehr gut. Das heißt, das ist zwar vorhanden, dass man das machen kann, aber ganz wichtig, wenn man diese Plattform verwendet, Risiko minimieren. Okay? Man schickt nur Geld drauf, was man wirklich auf der Karte haben will, um es dann auszugeben. Okay? Und das war's. Und ich werde da auch nicht den Dollar-Account als Account, als wirklicher Bank-Account verwenden, um hier viel Dollar zu saven. Bringt absolut gar nichts. Wenn man seine Kryptowährungen beleihen will und eben seine Kryptos ausgeben will, dann ist das wahrscheinlich die beste Variante, ein A-Walt aufzubauen, einfach mit seiner Bitcoin, mit seiner Ether da drinnen, und sich USDC zum Lichen, die dann da drauf zu schicken und dann auf die Karten zum Packen und auszugeben. Und das war's. Das ist auch meine Vorgehensweise. Das heißt, wenn ich irgendeinen Top-Up mache, werden keine Kryptos verkauft. Das tue ich nicht. Ich beleihe Kryptos und toppe die Karten ab. Und das war's. Genau. Gut. Das war's. Auch schon mit diesem Video. Das heißt, zwei Varianten. Auf die andere Variante, eben mit SwissCode, gehen wir nochmal ein in einem anderen Video. Die zweite Variante, meine Backup-Karten, ist Ultimo Pay. Hat in den letzten Monaten extrem gut funktioniert. Ist nicht ganz günstig. Nichtsdestotrotz funktioniert's eigentlich tadellos. Gut, das war's auch schon mit diesem heutigen Video. Kurz und knapp eine Kartenvorstellung. Schau's euch gerne an. Link ist in der Videobeschreibung. Und wenn euch eure Videos gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video. Und vergesst, meinen Channel zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.